Uiuiui, ich bin aufgeregt. Das letzte Artefakt. Und es geht direkt wieder zum Kampf über. Was fehlt uns noch? Wo waren wir nicht? Wir waren noch nicht auf der anderen Seite. Was? Von hinten? Oh, Erebus. Fieses etwas. Heilung. Der Rest kann verteidigen. Und weiter geht's. Ja, da ist er. Abgewehrt. Okay, rauf vom... Wir hauen sich um. Ja, wir finden ja schon eine Taktik. Wir müssen nur auf die andere Seite. Oh, da ist er wieder hinter uns. Okay, nochmal eine Heilung. Der Rest muss verteidigen. Sehr schön. Na, kommt schon. Ach Mist. Einmal zu viel. Jetzt weiter. Oh, da ist er wieder. Ah, vergiften ist echt mies, ist das. Okay, verteidigen, Schutz, verteidigen. Und weiter geht's. Oh no. Also von hinten und von... Ich mach mal einen Schritt seitwärts. Kann er fliegen? Ja, er kann fliegen. Verdammt. Da sind wir jetzt gerade richtig in der Falle. Oh, wie machen wir das denn? Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ich weiß, jetzt gleich kommt Erebus wieder, aber... Ja, jetzt. Na, bitte nicht zu deuten. Wow. Okay, wir sind vergiftet. Einmal die Heilung. Jetzt gut nachdenken. Wir haben hinter uns beide, ne? Sie hat schon gezaubert. Schutz. Verschmettern. Funktioniert das? Ne, wir haben noch was anderes gelernt. Zeitstopp. Hat uns das jetzt eine Runde... Ja. Ja. Wir haben es noch nie ausprobiert. Das ist das allererste Mal, dass wir Zeitstopp benutzen. Und zwar nur wir sind jetzt gerade in der Zeit gefangen. Alles um uns herum, in dieser Kugel, wo wir uns gerade befinden, bewegt sich, glaube ich, nicht mehr. Okay, angreifen, angreifen. Sehr gut. Heilung, verteidigen. Achso, es passiert gar nichts. Okay, das heißt, wir könnten eigentlich durchheilen. So, dann. Gift heilen, verteidigen. Ah, jetzt dürfen sie doch was machen. Okay, das heißt, wir müssen da dran. Boah, die dunkle Nova ist so bitter. Wir brauchen den Schutz. Schieß mal drauf und du blitz mal drauf. Jawohl, schöner Crit. Ah, das endet böse. Heilung. Nochmal Schutz. Schießen, blitzen. Komm, Eimer nicht treffen. Sanko ist verwirrt. So, da ist euer Untergang. Keiner kann zaubern. Hau drauf. Hau drauf. Hau drauf. Äh, äh, hau drauf. Mist, hau drauf. Jawohl, einer ist hops. Oh, wir schaffen das schon irgendwie. So, Heilung. Aber wir sind hier nicht mehr im Kampf. Das ist, das ist wunderbar. Wunderbar. So, erstmal. Das ganze Gift hier wegheilen. Und dann bitte einmal hier Klarheit für alle. So, du kriegst noch einen Trank. Du kriegst auch hier so einen schönen großen Trank. Und du trinkst jetzt hier mal so einen super, boah, 600 Leben. Wahnsinn. Und wir speichern vorsichtshalber mal. Denn, ah, ich wusste es. Nur hier sind wir immer im Kampf, ne? Das heißt, nochmal. Na, da ist er. Eine Heilung verteidigen. Und weiter geht's. Wir müssen nur hier reinkommen. So schnell wie es geht. Okay, da sind sie schon wieder. Ich hoffe, wenn wir jetzt noch einen Schritt nach vorne machen. Ja, okay. Läuft das dann alles Stück für Stück? Huh, Sanko. Ist spannend. Auf jeden Fall. Wort des Lichts. Hm, dachte ich mir. Anfällig gegen Schatten. Äh, gegen Licht. Zerschmettern. Rüstung. Entzweinen. Trifft immerhin die ersten vier Leute. Das funktioniert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und... Mach mal Mandat. Das könnte eigentlich hier für die ersten von Vorteil sein. Wahnsinn. Sehr gut. Ähm, Membrane. Ja. Blitz mal. Sehr schön. Herausforderung. Gut. So, das Gift tickt noch, wissen wir. Komm, eins ist schon mal geheilt. Draufhauen. Draufhauen. Verschmettern. Blitz. Ja, gleich ist er. Ups. Ah, es kommen immer mehr, ne? Heilung. Sehr gut. Ähm, die Heilung hält jetzt nicht mehr allzu lange. Also hier, draufhauen. Zumindest die Heilung. Ähm, unser Schutz. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und die nächsten beiden, Tänzerinnen und Dunkel-Prophet. Und Dunkel-Prophet. Okay, erstmal wieder Rüstung. Blitzen. Zerschmettern. Angreifen. Oh. Immerhin. Oh nein, Jasna ist gelähmt. Verdammt. Heilung. Der muss irgendwie fallen, ne? Ah, hau drauf. Jawohl. Gut, den haben wir schon mal. Wer schwächende Schläge rund um Schlag? Wer lähmt uns? Oder war es wirklich er? Was möglich ist. Zerschmettern. Ihr seht, noch nicht wach. Giftwolke. Blitzen. Schöner Treffer. Sankura schwach. Das ist kein Problem. Der Dunkel-Prophet muss irgendwie fallen. Ja, sind wir wieder dran. Sehr schön. Ähm, da kommen noch so viele. Ich glaube, Gewitter lohnt sich hier. Und bei dir machen wir mal... Machen wir... Genau. Jetzt haben wir alle getroffen. Jasna, werd bitte wieder wach. Schutz. Gut. Blitzen. Du... Hm. Machen wir mal. Machen wir mal. Du trinkst direkt schon mal einen Trank. Den besten, den wir haben. Und du einmal Schutz wieder. Sehr gut. Jasna, bitte werd wach. Mit Wasser oder Premier-Magie? Hm. Ich Dusselchen. Ähm... Wasser fließt frei. Hallo Jasna. Hau den um. Äh, hau dich bitte selbst nicht um. Schutz brauchen wir eigentlich nicht. Ah, Sanko Honum. Sehr gut. Und du brauchst... Auch wieder ein Halbz... Ja, Mana-Trank. Mana-Trank. Ähm... Gift. Gewitter ist vorbei. Ich sehe keine Feinde mehr dahinter. Zumindest habe ich sie gerade nicht gesehen. Aber ich gehe immer davon aus, dass wir noch mehr haben. Deswegen Gewitter. Hau drauf, hau drauf. Hau drauf. Jawohl. Gut. Sehr schön. Heilung. Zerschmettern. Zerschmettern. Blitzen. Schöner Kripp. 1.300. Wahnsinn. Draufhauen, draufhauen. Haben wir es jetzt geschafft? Wir haben es geschafft. Oh nein, da kommt noch mehr. Äh, noch einen Schritt nach vorne. Jetzt bloß nicht, dass der gute Ehre-Boss nochmal kommt. Au. Trank. Schießen. Sind nur Gesichtslose. In Anführungsstrichen nur. Säuberung und dunkle Nova. Bitter. Blitzen. Heilung. Schießen. Schießen. So kriegen wir es hin. Mhm. Blitzen. Heilung. Schießen, schießen. Oh, fast. Komm schon. Jasna ist verwirrt. Das ist kein Problem. Schießen, schießen. Sehr gut. Du Wurzeln. Jawohl, blitzen. Jawohl, sehr gut. Jetzt kommt wieder das mit den schwächenden Schlägen. Komm, wir gehen mal einen Schritt nach vorne. Hm. Ja, und noch einen Schritt. Joa. Jetzt wird's langsam, aber sicher eng. Du trinkst mal bitte so einen Trank. Du darfst ruhig schießen. Du heilst uns. Du gibst uns mal Schutz. Okay. Rüstung. Blitzen. Mama Gruppenheilung. Du schießt mal drauf. So, und jetzt kommen wir mal ran. Ja, macht ihr ruhig mal. Alle sind geschwächt. So, einmal. Und... Was haben wir ein schönes für euch? Haben wir noch? Nein, haben wir nicht. Das heißt, blitzen wir euch halt. Hopps. So. Und natürlich kommen direkt die Nächsten. Ei, ei, ei. Erstmal... Ja. So machen wir's. Und... Zack. Zwei mehr Elite-Dunkelprophet. Äh... Zerschmettern. V-Faun. Ähm... Gift. Trank. Sehr schön. Haben wir widerstanden. Draufhauen, draufhauen. Du brauchst auf jeden Fall wieder einen Trank. Und du blitzt mal. Sehr gut. Zelina ist gelähmt. Verdammt nochmal. Ähm... Wasser fließt frei. Sehr gut. Du... Qual. Und Tschüss. Naja, fast. Heilung. Wow. Ist das, äh... Ich glaub, das ist nur ein Gesichtsloser, ne? Wir werden... Wir haben noch dreimal Rast. Wir werden mal rasten. Okay, damit wir wieder topfit sind. Oh, hier ist ein Fass. Das ist wichtig. Ne, da dürfen wir gar nicht so dran. Mit einer weißen Flüssigkeit. Das geben wir wieder... Ne, geben wir... Geben wir Sankuwarz Holz. Yes! Öffnen. Hier haben wir nix. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch nix. Nur diese Krimskrams hier. Krimskrams. Hier liegt auch noch etwas. Was haben wir hier? Eine herausgerissene Seite. Was steht denn hier Schönes? Dieses Labyrinth widersetzt sich aller Logik und jeglichem Verständnis. Wir müssen getrennte Wege gehen, um unsere Aussichten zu steigern, einen Weg nach draußen zu finden. Jeder von uns wird einen Teil der Sigilie mitnehmen. Der Leutnant Hadaral ist nicht glücklich mit dieser Entscheidung, da er dafür ist, den Invictus ein letztes Mal zu aktivieren und so eine Lichtquelle zu erzeugen, die stark genug ist, alle Gesichtslosen zu vernichten, die von ihr erfasst werden. Darum geht es also. Nun gut, nun gut, dann machen wir das. Äh, ach, wir sind noch gar nicht fertig. Verzeihung bitte. Ähm, aber... Sie würde auch viele unserer eigenen Truppen getötet haben. Und das ist unakzeptabel. Ist das hier das Ändere? Unser Abend... ...teuers? Ich geh mal hier beiseite, ne? Du kommst mal ran. Ich meine, es müsste ein Elite-Gesichtsloser sein. So... Was sparen wir uns, ist das? Komm mal ran, ja. Ja, sag ich doch. Zerschmettern. Herausfordern. Tut weh, ne? Heilung. Lift. Gut. Tschüss. Boah. Jetzt haben wir das Letzte, ne? Das Letzte... ...haben wir. Das, äh, freut mich doch sehr. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch, in Anführungszeichen, in die Mitte kommen, ne? Wo wir den Schalter aktivieren konnten. Aber nun gut, lassen wir uns überraschen. Wo ist er? Da ist er. Kriegen wir hin? Hier ist wieder Ende, ne? Gut. Da hinten müssen wir hinkommen. Oh, verdammt. Erebos, du Scheuser. Hau ab. Lass uns bloß in Ruhe. Vielleicht haben wir es geschafft. Oh, hinter uns. Ja, geblockt. Edge. Hau ab, ja. Jawohl. Ach, wie er niemals umkippt, ne? Gleich haben wir es geschafft. Oh nein, er kommt noch einmal. Nein! Okay, Heilung. Vergiftet kriegen wir hin. Du trinkst einen Trank, du machst nichts. Du trinkst einen Trank. Okay, und weiter geht's. Gleich haben wir es geschafft. Oh nein, jetzt. Dunkel, Nova. Heilung. Bleibt er jetzt wirklich da stehen? Ach nee, das ist... Oh nein. War ja irgendwie klar. Ähm, ja, verdammt. Okay, dann... Dann, dann, dann. Schießen, schießen. Blitzen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ein Schritt nach vorn. Ja, Sanku ist verwirrt. Das ist okay. Boah. Okay, noch ein Schritt. So, jetzt komm mal her. Heilung. Blitzen. Kipp um. Boah. Das sieht alles andere als gut aus. Jetzt wird es verdammt eng. Das hätten wir schon mal geklärt. Wir haben nicht mehr genug... Das können wir gar nicht anders klären, ne? Trank, trank, trank. Und wollen wir hoffen... Ja, war klar. Einer geht zu Boden. Oh, oh. Das ist... Das ist verdammt schlecht, ne? Das ist richtig schlecht. Wie machen wir es denn jetzt? Wir haben keine Möglichkeit, hier zu entkommen. Dass das jetzt so schwer wird, hätte ich nicht gedacht. Sie braucht eigentlich im Grunde genommen Mana. Wird aber vom nächsten... Wir haben ja noch die Wiederherstellungstränke. Trink den mal. Du heilst dich. Du heilst dich. Das... So müsste es gehen. Bitte nicht... Nicht Wessner. Alles klar. Und jetzt kommt die Heilung. Jawohl. So, du trinkst bitte. Ein Klarheitstrank. Du... Trinkst diesen auch. Und du bist nur vergiftet. Das finde ich super. Dann kümmern wir uns erst um dich. Und du gehst mir auf die Nerven. Den da hinten könnten wir noch... Selina ist verwirrt. Mhm. Schießen, schießen. Giftteilung. Und du... Tränkchen. Oh, Wahnsinn. Es steht aber nicht dran, was für ein Schaden, ne? Nur fügt so und so viel Schaden zu. Widerstandener Schaden dunkel. Sie kann aber noch nicht zaubern. Jetzt könnt ihr sie wieder zaubern. Wir brauchen die Gruppenheilung. Du schießt. Du machst ne Heilung. Sankt Tuva ist verwirrt. Okay, jetzt wollen wir mal hoffen, dass das so funktioniert. Dunkelabwendung. Kannst du noch zaubern. Arcana-Abwendung. Und jetzt haben wir genug Puffer, um euch zu Boden zu bringen. Irgendwie so uns wieder die ganzen netten... Ne? Klauen uns wieder alles. Schießen, schießen. Ach, ich würde dich ja so gerne zu Fall bringen, ne? Komm. Jawohl. Einer ist schon mal hops. Bleibst nur noch du übrig. Äh, gehen wir... Ne, komm, schieß. Ach, er ja auch noch. Herrlich. Okay, Arcana-Abwendung. Ähm. Dunkelabwendung. Schießen, schießen. Oh, ich kriege mal schon zu Fall. Irgendwie. Klaut uns wieder ein Zauber. Schießen, schießen. Heilung. Äh, Dunkelabwendung läuft noch. Schießen. Klaut uns wieder ein Zauber. Okay. Äh, schießen, schießen. In dem Sinne ein Buff. Ja, darf man jetzt nicht falsch verstehen. Dann bitte hier einmal Arcana-Abwendung und schießen. Jawohl. Schöner kritischer Treffer. Selina ist verwirrt. Wir haben genug Pfeile dabei. Mit unserem Bogen und unseren Armbrüsten. Wenn sie auch treffen würden. Aber wir treffen. Zumindest Sanko und Selina. Oder auch nicht. Heilung. Ach komm, was soll's. Dann trinken wir halt noch einen. So. Selina ist nicht mehr verwirrt. Und gleich ist Selina wieder verwirrt. Nein. Jawohl. Wir haben's geschafft. Wow. Erstaunlich, wie schwer es ist. Also. Hm. Mit den ganzen Debuffs. In dem Sinne. Fähigkeiten, die unser, ne. Einfluss auf unseren Verstand haben. Sehr ungünstig. Ich weiß nicht, was kommt. Deswegen möchte ich doch gerne die Gruppe gerne voll haben. Und jetzt können wir damit interagieren. Oh.